So, ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Blended Crafter. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, aktuell in der Version, habe ich ganz vergessen, Early Access 09 und ein paar Hotfixes. Sehr schön. Dann schauen wir mal, was hier hat man ausgebaut. Ich muss gerade mal kurz mich wieder reinfinden. Hier hat man ein bisschen Materialien. Da packt man schnell mal hier. Aluminium kommt hier rein. So, Essen haben wir da. Hier haben wir Essen. Da haben wir Sauerstoff. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen ausbauen. Die Frage, die sich mir stellt, die Fragen über Fragen. So, was brauche ich denn? Ich habe hier, ähm, ich hätte doch irgendeinen Blueprint. Achso, das war für diese Beine, genau. Die Beine nützen wir aktuell gar nichts. So, jetzt muss ich gerade gucken. Wir hatten hier noch ein paar Kisten. Die plündern wir gleich. Die nehmen wir mit. Und dann brauchen wir, da drüben gehen wir rein in die Höhle. Da gibt es nämlich das Idrium. Ich nehme ein bisschen Wasser mit. Wir brauchen ein kleines bisschen Wasser. So, ein bisschen Gas geben hier. Was ist das hier? Silikon, äh, Silizium. Nehmen wir mit. Können wir gebrauchen. So, ein bisschen Eisen. Na komm. Ja, ein bisschen Titan. Ich werde es nicht übertreiben, denn ich möchte ja die Kiste blündern. Luft schnappen wir gleich in unserem Gefährt. So. Jetzt gehen wir zumachen. Ach, guck mal. Doch. Na, guck mal. Welche Wand ist es? Welche Kiste, die nicht abbaubar war? Weiß ich nicht. Irgendeine Kiste hatte ich bekommen. Und die konnte, die war dann automatisch weg. Hm, keine Ahnung. Da vorne gibt es noch eine. Die sammeln wir auch gleich ein. So, kurz Luft atmen. Natürlich atmen wir Luft, kein Wasser. Na, ich bin schon wieder voll. Hm, 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 hm. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an, noch ein bisschen Solar zu bauen. Äh, Füße. Gut. Gut. Ist was ist. Die Taschen sind voll. Äh, stelle ein Bildschirm mit Fortschritt. Haben wir das nicht schon getan? Oder hatte ich das vergessen? Ich, ich laufe schon. Hier kommt schon der nächste Sturm. Da haben wir doch mit Fortschritt. Hat der den nicht erkannt? Oder gibt es noch einen anderen Bildschirm mit Fortschritt? So, was wir bauen können, ist ein Fenster. Sehr schön. Jetzt können wir rausgucken. Ah. Gut. Sonst haben wir hier erstmal nix. Ein Bett nützt uns halt gar nix. Aber wir haben auch keinen Stoff. Äh, was wir brauchen ist auf jeden Fall noch Windkraft. Lass mich kurz mal in Energie gucken. Wir haben 3,6, 2,8. Für die, für den da brauchen wir Wärme, Energie. Die steht nicht dabei. Aber das können wir gerade bauen dann. Ich denke, wir brauchen aber dann auf jeden Fall noch, warte mal, äh, Wasser. Warte mal, das Eis, Eis packen wir mal hier rein. Das hilft uns auf jeden Fall. Wasser haben wir noch. Das ist okay. Äh. Da komm, wir bauen noch ein Wasser. In der Zeit, wir haben Exoskelett, das haben wir, ach, Backpack 2. Ja, den können wir bauen. Guck mal drauf. Können wir den jetzt schon bauen? Ach, sehr schön. Guck mal an. Ha, 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 ha. Ein großerer Rucksack. Lala. Sehr schön. Wir brauchen was zu essen. Wir nehmen Wasser noch nicht zu uns. Der kommt erstmal hier rein, Wasser. So, uns fehlt jetzt, gut, wir haben noch ein bisschen Essen, aber wir müssen uns mal darum kümmern jetzt. So, gucken wir mal. Wir brauchen mal Idrium. Das Idrium kriegen wir. Was ich aber als erstes bauen möchte, bevor wir jetzt noch einmal hier rangehen, ähm, bauen wir den hier hin. So, was brauche ich noch für, ich brauche Eisen, ja, Eisen habe ich nicht. Wir gehen jetzt da rüben in die Höhle. Das weiß ich vom letzten Mal noch. Da drüben in der Höhle können wir jetzt im Endeffekt so eine, ja, so ein Kraftwerk bauen. Was haben wir hier? Vom letzten Asteroiden, mhm. Das ist okay. Nehmen wir noch ein bisschen Eisen mit. Eisen ist Mangelware. So, komm. Sauerstoff müsste ich dabei haben. Ja, einfach mal gucken, dass wir auch da in der richtigen, richtig unterwegs sind. Was wir bauen könnten wäre als erstes, warte mal, äh, was haben wir denn? Ich brauche, glaube ich, ein bisschen, sag mal her, ich brauche diese da und den da. Ich brauche zwei Titanen. Zwei Titanen. Ich nehme noch Eisen mit. Ich nehme noch Titanen mit. Zwei habe ich gesagt. Jetzt muss ich ein bisschen Gas geben, ansonsten habe ich da ein kleines Problem. So, ich baue hier oben schnell einfach mal. Genau, komm, wir bauen schnell den da hin. So, mal her. So, Tür. Sehr schön. Einmal atmen. So, dann sparen wir uns das nämlich. So, und hier gibt es Idrium. Natürlich müssen wir auch gucken, dass wir das Ganze hier vorne, seht ihr? So, und ich weiß, aus dem letzten Mal ist hier alles voll mit Wasser stehen wird. Die Frage, die sich mir jetzt gerade stellt, ist, ob wir, wir bauen uns, glaube ich, da oben hin, die Kraftwerke. Dann können die nämlich einmal stehen bleiben, wobei wir bauen die kleinen, glaube ich, auch wieder ab. So, Idrium. Haben wir. Da unten liegt noch viel. Und da können wir hoch und dann baue ich da oben gerade die Sachen hin, die wir brauchen. Ah, da gibt es auch noch Idrium. Sehr schön. Äh, Silizium. Na, guck mal. Mit was für einem Glück. Äh, ach, den muss ich bei, muss ich den bei mir bauen drin. Okay, na dann, äh, zum her. Daschenlampe habe ich nicht, ich weiß. Äh, hoppsa, hoppsala. Hier, Eisen nehmen wir mit. Drei Idrium, vier Idrium. Jetzt gehen wir zurück zum, zum, zu unserem Unterschlupf. Was ist das hier? Titan. So. Was klingt da noch? Das ist Titan, brauche ich erstmal nicht. Magnesium nehme ich eins mit. Komm her. Muss ich ein bisschen Gas geben. Silizium. Naja, ich weiß. Ich will jetzt aber erstmal, gucken wir mal, vielleicht komme ich da hin, ohne, dass ich jetzt Probleme kriege. Ne, ich glaube, es reicht nicht. Ne, reicht nicht. Reicht nicht, das tut mir leid. So, jetzt kann ich nochmal ein bisschen Eisen einsammeln. Ist hier noch Eisen? Titan. Aluminium brauche ich erstmal nicht. Ich brauche Eisen hier. Eisen. Eisen. Sehr schön. Gut. Das ist okay. Wir laufen mal zurück. Dann haben wir das nämlich auch geschafft. Einmal Titan noch. Silizium. Titan. Ist voll. Gut. Dann einmal kurz nochmal Luft schnappen. Dann geht's zurück. Und dann können wir als nächstes mal in das Raumschiff gehen. Jetzt weiß ich ja, dass ich da oben die Dinger bauen muss. Dann erweitern wir kurz unser, unser Domizil, beziehungsweise jetzt gleich eine Heizung der Stufe T1 ein. Wasser brauche ich. Dann machen wir Wasser trinken. Nehmen einmal das hier noch mit. Dann können wir nochmal ein Wasser machen. Okay. Gleich sind wir da. Wir könnten jetzt rein theoretisch, ich glaube, wir kurz gucken. Habe ich genug Eisen? Das ist jetzt die Frage. Ja. Was habe ich noch? Habe ich noch Eisen da? Das reicht noch. Sehr schön. Dann würde ich gerne hier eine Heizung hinsetzen. Bitteschön. Läuft. Erstelle einen Bildschirmfortschritt. Das ist doch der hier, oder nicht? So, das ist doch der Bildschirm dran, Terraforming. Das ist doch der Dinger hier. Scheint er nicht zu sein. Warum auch immer. Mal kurz reingucken. Das ist Energie. 4,8. 3,8. Das ist okay. Bildschirm Terraforming. Ah, hier ist der Fortschritt. Das da ist es. Mit Wärmer. Okay, gut. Das heißt, das haben wir gemacht. Jetzt würde ich gerne. Ich muss mal gucken. Essen haben wir noch. Was haben wir denn eingesteckt? Wir haben noch. Okay, gut. Wir laufen mal. Die Hälfte. Und dann haben wir da auf jeden Fall eine Möglichkeit, wo wir dann uns notfalls unterkommen können. Vielleicht würde ich da vorne den Schelter hin. Dann können wir raus und rein. Ah, ich brauche aber zwei Eisen, ja. Ich habe auch etwas Wichtiges vergessen. Ich habe das ganze Zeug noch bei mir. Das muss ich natürlich rausräumen. So. Halt. Das ist sonstiges. Sonstiges. Eis kommt da rein. Da ist noch ein Eisen. Das können wir gerade mitnehmen. Ein Titan kann rüber. Und das da. Zack, zack. Dafür brauche ich drei Eisen, zwei Titanen. Ein Eisen, zwei Titanen hat er gesagt, ne? Zwei Titanen hat er gesagt. Einen Silizium haben wir. Da können wir den hier gerade reinpacken. Das ist okay. Ich könnte da hier auch eine Kiste hinsetzen nochmal, ne? Ja, komm. Lass uns laufen. Ich gucke mal, dass wir da drüben noch ein bisschen Eisen bekommen. Essen, Essen, Essen. Da oben wird es vielleicht Essen geben. Ich probiere es einfach mal. Wir haben noch 50%. Sollte reichen, denke ich mal. Da habe ich Eisenblitzen sehen, da habe ich Eisenblitzen sehen hier. Da ist noch ein Eisen. 1, 2, 3, 2, 3. Reicht sogar noch für eine Kiste. Reicht sogar noch für eine Kiste. Hier übrigens in dem Labyrinth befindet man sehr viele, für sehr viele Kleinteile, Kisten, etc. pp. Also auch gar nicht so schlecht. So, dann würde ich vorschlagen. Was meint ihr? Wir setzen die... Da sieht man schon eine Kiste hier. Pass auf. Wir setzen... Den hier... Den kann ich hier nicht oben draufsetzen. Ja komm, lass den da kommen. So, dann darfst du hier eine Kiste noch bauen. So, hier packst du rein. Das, was wir nicht brauchen. Ihr seht, wir haben kein Wasser und wir haben... Naja, bin ich wieder los mit gar nichts, ja. So, das ist Licht. Was haben wir denn hier alles? Hm, Tee. Geht gar nicht. Hab ich gar nicht gebaut, das Ding. Die Taschenlampe. Ja, hab ich gar nicht gebaut. Ich hält. Das ist natürlich blöd, wenn ich die nicht baue, ne? Ja komm, hat sie schon erledigt. Ich brauch die Taschenlampe. Sonst wird das nix hier. Für die Taschenlampe, weiß ich gar nicht. Ich brauch bestimmt Silizium, Magnesium. Magnesium. Eisen. Silizium. Vielleicht noch Kobalt. Wir gehen kurz zurück, bauen uns das schnell. Warte mal, ich würde das hier rein theoretisch hier das Eisen mitnehmen können. Silizium nehmen wir nochmal mit hier. Da haben wir noch Eisen. Weil da kann ich gerade noch eine Kiste, ein Ding hinbauen. Sag mal her, was brauch ich denn dafür? Ich brauch vier. Wie viel hab ich? Vier. Eins, zwei, drei. Vier. Und jetzt brauch ich noch zwei Titanen. Die werden hier ein bisschen öfters vorkommen, hab ich das Gefühl. Einmal. Zweimal. Na gut, passt schon. Dann hoffe ich doch mal, dass das passt. Werden wir gleich sehen. Ein Wasser würde ich noch mitnehmen? Ja, ich weiß. Aber ich würde das jetzt nicht anfangen. Weil ich jetzt gerade Meter vorm Loch bin. Jaja, ich bin schon da. Gut, das haben wir. Gut, was wollte ich machen? Ich wollte was essen, hab ich gesagt, ne? Einmal was essen. Bitteschön. Trinken. Ja. Dann kannst du aber gleich zweimal Wasser machen. Zweimal Wasser. Erstmal hier die... Da, Magnesium brauch ich noch. Magnesium. Ein Magnesium zu wenig. Hab ich da keins drin? Nein, hab ich natürlich keins drin. So, das Wasser bleibt am Mann. Das Essen bleibt am Mann. Wobei, nee, das brauch ich nicht. Ich brauch noch Magnesium, ne? Hab ich gerade eben großartig getönt. Magnesium. Da, bitteschön. Gut. Dann haben wir die Taschenlampe. Bitteschön. Einmal Lampentasche. Taschenlampe. Gut. Jetzt haben wir die Taschenlampe. Wir haben den Rucksack. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das sieht alles gut aus. Da können wir nix mehr machen. Da haben wir auch nichts. Zum jetzigen Zeitpunkt. Das heißt, wir sind so weit gestärkt. Dann wollen wir mal loslaufen. Und erkunden ein kleines bisschen... Erkunden ein kleines bisschen die Thematik da hinten. So, ich lauf schon. Dann schnappen wir nochmal Luft, würde ich sagen, bevor wir da reingehen. Ich hab echt meine Taschen voll gemacht und lauf mit vollen Taschen hierher. Ich wollte doch die zwei Wohndinger dazu packen. Egal, komm. So, einmal Sauerstoff, einmal Wasser haben wir. So, dann geht's hier rein. Ähm. Na, jetzt hören wir's an. So, dann gucken wir mal. Ach, guck mal, kannst du abbauen? Wusste ich gar nicht. Das ist neu. Das ist neu. Das ist cool. Hurra, hurra, die Schule brennt. Das ist ja mal richtig cool. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Das ist neu. Kann man die auch abbauen? Nee. Das ist ja mal cool. Ob das so gehört, weiß ich nicht. Da sind die Kisten. Ah, ein Blueprint. Nehmen wir mit. Guck mal hier rein. Ah, guck mal hier. Kann man das sieht da. Sehr schön. Da können wir nämlich zwei von diesen komischen anderen Sachen bauen. Das ist sehr schön. Ich brauche Sauerstoff. Einmal Sauerstoff. Haben sie das anders gemacht? Kann ich nicht crouchen? Kann nicht sein, dass der nicht crouchen kann. Hier haben wir noch Essen. Hier haben wir nochmal Pflanzen. Hier haben wir Stoff. Etrium. Oh, guck mal hier. Sehr schön. Aber ich war der Meinung. Ah, genau. Sehr schön. Ne, ducken kann man sich anscheinend nicht. So, was haben wir hier? Hier haben wir nochmal Stoff. Wir haben was zu essen. Essen nehmen wir auf jeden Fall mit. Und wir nehmen Eisen mit. Gut. Ich würde sagen, wir sind einmal durch. Dann schnappen wir nochmal Luft. Die kann ich nicht zerlegen, genau. Na, komm her. F, Licht aus. Kurz Luft schnappen. Und dann geht es zurück, würde ich sagen. Und dann bauen wir natürlich noch ein paar Sauerstoffbehälter. Und wir haben Stoff. Was können wir mit? Wir können die Beine bauen mit zwei Stoff. War das nicht so, dass wir die Beine bauen konnten? Ja. Das ist sehr schön. Und wir haben einen Blueprint. Und Respekt, meine Freunde. So, dann lass ich es laufen. Das ist sehr schön. Und wir können auch tiefer weiter rein. Ui. Da war die Rennendistanz nicht so schnell. Ah, wir haben Solarkollektoren. Zwar mal Kobalt. Ich habe keinen Platz aktuell. Aber dann können wir die hier bauen. Sehr schön. Die bringen halt nur tagsüber Licht. Das ist halt die Thematik. Wenn es dunkel ist, bringt die uns halt gar nichts. Aber wir nehmen das, was wir kriegen können. Gut, wir waren jetzt. Wir haben die Sachen hier. Pass auf. Ich brauche auf jeden Fall noch eine Kiste. Eine Kisteiste. Da fehlt uns Titan. Wir haben... Das Ding ist voll. Pass auf. Die Kiste stellen wir erstmal da hin. So, dann habe ich hier... Das, das, das. Den Blueprint erforschen wir jetzt gleich als erstes hier. Halt, das war der falsche. Äh. Blueprint. Ah, neue Baupläne erhalten. Abbaugeschwindigkeit T1. So, Abbaugeschwindigkeit T1. Aluminium haben wir. Sehr schön. Magnesium und Silizium. Also wir haben Silizium. Aluminium. Und Magnesium gibt es draußen. Hier, pass auf. Aber ich nehme nochmal auf jeden Fall Kobalt noch mit. Ich glaube, das brauche ich auch irgendwie. Da haben wir Magnesium. Da haben wir Kobalt. Wir nehmen noch ein Eis mit. Wir nehmen noch hier Magnesium mit. Jetzt gehen wir mal rein. Guck mal genau vor dem Haus liegt Eisen und wir nehmen es nicht. So, da waren wir. Also, was wollte ich haben? Ich wollte haben erstmal die Abbaugeschwindigkeit. Bingo. Und dann hätte ich gerne die Beine hier. Und da brauche ich zweimal Aluminium. Hatte ich nicht Aluminium verschmäht, ich hält? Weil ich gesagt habe, ich brauche jetzt kein Aluminium. Ah, da waren sie wieder. So, zack. Gut, das kann hier rüber. Wir kamen hier was zu essen. Macht 40. Ein Wasser nehmen wir mit. Das packen wir mal rüber hier. Beziehungsweise ein Wasser mache ich jetzt. Ich brauche noch eine Kiste. Die setze ich da hin. So, dann packen wir das hier rein. Das, das, das hier. Einmal das hier. So, dann brauche ich noch schnell die zwei für Sauerstoff. Und ich brauche einmal Eis. Und dann haben wir nämlich den Spaß auch gemacht. Das heißt, wir nehmen ein Wasser. Wir nehmen einen Sauerstoff. So, was brauche ich jetzt genau? Zwei Aluminium. Da ist kein Aluminium drin. Da bin ich vorbeigelatscht. Ein Aluminium reicht uns halt nicht, ne? So, ein Aluminium. Nehmen wir schon mal mit. Da müsste ich aber... Aluminium habe ich hier drüben gefunden. Hier. Weil ich hätte gerne die Beine. Das sind wir nicht mit den Ticken schneller. Da müsst ihr nicht so lange warten. Das ist Wasser. Oder haben wir hier Glück und finden was auf dem Weg. Äh, läuft. Läuft, läuft, läuft. Und? War, läuft. Oh Mann. Fünf Euro in die Dummschwärzerkasse. Atmen. Raus. Aluminium suchen. So, und ich war der Meinung. Ich bin hier auf jeden Fall über mehrere Aluminiumdinger gestolpert. Wenn ich zwei finden würde, wäre nicht schlecht. Na, gucken wir mal. Hier ist eins. Zwei. Perfekt. Und schon haben wir es zusammen. Schon haben wir es zusammen. Äh, pass auf. Wir nehmen einen von der Sorte mit. Wir nehmen einen von der Sorte mit. Halt. Sind es dann zwei? Ne, es sind keine zwei. Wenn du es abbricht, bricht es halt ab. So. Zack. Also, sich bewegen während dem Abbauen ist uncool. So, zwei Titanen. Ja, haben wir. Eisen nehmen wir noch mit auf dem Rückweg. Aber erstmal Luft schnappen. Was ist das? Silikon? Oder Silizium heißt der? Nicht Silikon. Ich sage immer Silikon. Silizium. Wir wollten doch Silizium haben. Hier. Kurz atmen. Los geht's. Da, Silizium. Jetzt brauche ich noch geschwind Eisen. So ganz geschwind halt, ja. Mhm. Ich glaube, das könnte einer sein. Und dann gehen wir wieder zurück ins Schiff. Na komm. So, da haben wir noch Eisen. Man sagt, da haben wir noch ein bisschen Platz. Was sagt das Inventar? Gut. Dann zurück. Dann können wir uns die Beine machen. Sagt. Sagt dir die Frau oder der Mann zum Schönheitschirurgen. Dann können wir mal die Beine machen. So ein bisschen Reiterhosen absaugen. Wer das von euch schon mal gesehen hat, schreibt es mal in die Kommentare. Es sieht übel aus, kann ich euch bestätigen. Gut. Ich packe mal ein bisschen hier Mats rein hier. Ein bisschen Mats. So. Jetzt mal gucken, was brauche ich denn? Äh, ich war hier, ne? Ich war die Beinchen. Da brauche ich zwei Aluminium, zwei Stoff. Also. Zwei Aluminium. Und zwei Stoff. Boah, habe ich nicht Stoff irgendwo hingepackt? Ui. Jetzt habe ich aber geschwitzt hier. So, mach mal die Beinchen hier. Ui, schick die Beinchen. Bitteschön. Und jetzt haben wir die Beinchen. 15% der höhere Bewegungsgeschwindigkeit. So, das heißt, ich lasse jetzt alles da, was auch wir wollten. Ne, ich merke gerade. Es kommt gerade ein Sturm. Sturm, Sturm, Gewitter, Sturm. Zwei Eisen, ein Titan. Zwei Eisen, ein Titan. Ja, zwei Eisen, ein Titan. Zwei Eisen. Ein Titan. Jetzt müssen wir es erzählen, dass ich keinen Titan habe hier. Doch, hier. Seid das schön. So, und dann bauen wir hier noch ein Häuschen. Und wir bauen hier noch ein Häuschen. Zack. Bitteschön. Habe ich noch ein Eisen, ein Kobalt. Ein Eisen, ein Kobalt. Bitteschön. Und ein Eisen, kein Kobalt. Da kommt einer runter, oder? Was ist das? Ein Sandsturm. Okay. Ein Sandsturm. Kobalt. Bitteschön. So, dann bauen wir hier noch zwei Fenster. Dass wir was sehen. Bitteschön. Guck mal an. Ist das nicht schick? Jetzt sehen wir wenigstens was. Meine Freunde, mit diesen Inspirationen verlasse ich diese Folge, spring in die nächste Folge, wenn es euch gefällt. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ich bin immer super dankbar dafür. Ansonsten auch gerne einen Kommentar, was ihr von dem Spiel haltet und auch, ja, ob ihr es selber spielt. In diesem Sinne, bis demnächst. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss.